der mini gibt es habe ich die letzte runde gespielt wir haben das so nicht zum einsatz vereinheitlicht das egas die synchron sind wir bitte raus also zwei folgen und gerade sagen wir sind wir denn bitte rausgesprungen ohne absprache wollte gleich hier vorne ich habe das nur markiert als als ort wenn wir in diesen drei grünen dingern da ich guck mal gerade ein hat auf etwas längere distanz schon den fallschirm aufgemacht sie ist ja eh kein hier wenn die erst wenn die da sind ja das ist ja echt schwer ich lande hier möglichst weit weg von spliff der sammelt so schnell auf so schnell bin ich gar nicht direkt auf der auge landet verwechselt es aber mit dem swiffer nicht das blöde das büste deswegen hast du auch deswegen heißt du so mit einem spliff ist alles weg i like mit compi sehr sehr schönes ding hier alle schon bereit für euch ist gut hier der loot ist gut 98 ist auch da ich würde gerne noch einen größeren rucksack weil ich so viel gutes zeug finde zum mitnehmen aber habt ihr jetzt was landen gesehen weil ich habe nicht so richtig aufgepasst um ehrlich zu sein ich habe jetzt noch nichts gesehen eben aber ich habe auch vorhin nichts gesehen also sind zwei teams hier sagen gehen einfach mal von zwei teams auf mindestens wenn sie keinen neben sich landen sehen wie viele teams sind dann in der stadt oder die map hat sich aufgehangen und hängen zwischen der map und ziton auch mit einer ar kompensator oder sr schalldämpfer ne danke sr schalli ist bestimmt für viele interessant das hatten wir doch in dem game oder wir hatten doch ein game oder war das gar nicht mit dir wo 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 der server abgestützt ist komplett wo alle rausflogen das kommt selten vor aber das gibt es auch da warst du nicht mit und da war jemand anderes mit drin aber habe ich natürlich in der gesamten zeit pubg schon öfter mal erlebt das einfach mal gar nicht ging es gab mal den ganzen abend da passierte gar nichts bitte was polizeistation hier das spiel diesmal die variante aber ich mag hier mal noch eine zweite tragen auf weil ich weiß ja die augen liegt ja auch die augen mag die augen sehr gerne auch wenn ich eher der 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 spieler bin da bin ich leider nie warm geworden klingt jetzt komisch wenn ich wenn ich kalaschnikov spiel aber die ak ist sehr dankbar hier ist noch der spray von der kars einfach vorhersehbarer finde ich ja das stimmt das stimmt auch schwer aber anders mit der wenn du mit der den ersten schuss im kopf tritt dann ist es relativ schnellen tod dann also das ist schon nicht schlecht ich kann ja gar nicht anfang stehen hier liegt so viel loot durch etwas passbar ich habe zu faktisch fest nicht was ich nehmen soll hier ja das ist vielleicht ist es doch heilut also meiner dachten war es das ist heilut ist aber mir sagt das kann ich kann schon sein das ist hier willow und co sagen auch du findest die halt nur die anderen waffen aber ich bin froh dass ich generell so gewandelt hat wenn du überlegst wie es früher war mirama oder sowas das ist vergeblich das war es war ja eine halbe stunde mit einer uzi rum weil du einfach keine weise davon hast damals noch ein einzelhelm und einem also wahnsinn da muss ich gott sei dank ein bisserl an die community ja auch an die pro scene angepasst was die pro spielen wollen und jetzt komm ich mal nahe an die rein der blutte mir doch hier alles weg und ne gehst du tatsächlich woanders hin oder wolltest du noch eine barrel haben eigentlich oder ne ne ich hab mich bei spiel jetzt einmal spiels einmal die habe ja gesagt spiel die fünfer variante vielleicht habe ich mit dem menu der auch mal besser mk 12 oder sowas aber da gab es ja auch oder gibt es wahrscheinlich immer noch die leute die dann esp hatten wo dann einfach brandstand hier liegt die nächste ak hier liegt die nächste dinge durch die wände drehen so was ist auch abendsinnig sehr ich hätte gerne in der mp5 aber die gibt es ja leider wird die mp5 ist mit abend die geilste waffe spiel doch ump ump ist finde ich auch ziemlich stark gab es doch früher exklusiv auf die kennen die oder ganz früher ja gibt es die auf anderen maps oder immer noch nur mit auf der frust mit da ja da gibt es ausschließlich oder also die gibt die gab es schon auf anderen auch noch als so aber ich weiß auch der ego glaube ich gibt es auf der auf testen gibt es ziemlich sicher ja das stimmt könnte ich mir das auch verstellen da passt ja gut hin da hilft jetzt eine dreierweste für mehr die habe ich rand voll rucksack meine ich natürlich wir sind mitten in der zone oder was ja das wird mein auto zu machen ein schwarzer noch hier so ein achtfach also eine mk12 wird mich noch wird mich noch reizen wenn ihr die findet wo die hat ich am anfang gesehen und auch getragen was ich suche naja so dringend ist es nicht ne ich habe eine mini die sind sich sehr ähnlich achtfach habt ihr ja habt ihr genommen habe ich genommen habe ein sechsfach dafür dahin gelegt das war alles sehr voll heli kommt das wäre immer spannend wenn hier ein heli uns mal ein paar gegner beschert ich sehe nichts fliegen du hörst ihn ja das tue ich ja große medipacks voll heilen die dinge aber wenn du davon welche findest ich muss mal ich muss mal zwei zwei looten hier ist sie hier ist eins ja hast du gefunden kann ich das markieren ja gerne ich hole mir kurz die mk12 und dann alter dieser müll der durch die gegend fliegt der ist nicht so geil das war ich was der brandon green mittlerweile machte der player hat er nicht an armer 4 geschraubt und dann irgendwie neues projekt habe ich habe es nicht mehr verfolgt beziehungsweise gibt es auch keine news dazu was sehr sehr irritierend finde ist dass jetzt nur noch ob die battlegrounds heißt was totaler schwachsinn ist weil im partie steckt ja im partie steckt ja eigentlich heißt es dann jetzt genau player an uns battlegrounds battlegrounds so ein schachsinn es ist halt so ok hier uns ist kein anderer namen eingefallen was machen wir denn jetzt eigentlich das wäre schon wieder langweilig hier beim looten ja ich finde es auch ein bisschen sehr langweilig steps bei mir und schon ist die langeweile vorbei steps und schüsse auf mich bist du und bist ja ganz da hinten alter wo bist du hingelaufen ich versuche abzuhauen wir laufen jetzt alle nacheinander da rein und lassen uns schießen das war kein bot das war ein echtes spiel yes ouch aber könnte einer sein der gerade gelandet ist ja da ist er ein wickler ein kleiner ekliger wickler fast down auf blau nice sehr geile nate ich glaube das war so ein helikopter typ also ey der war glaubt der war ja instant oder? ne war ja nocked ah stimmt er war nocked und dann kam der nate aber bots sind auch immer genockt egal ob die ja genau nein ich meinte nur im sinne von er war solo aber wie hieß er denn wie hieß er denn wie hieß er denn ich denk der kam grad ähm war kein botnam mit sinnex oder so ähm der kam denk ich ähm aus dem gulag sinnex ja tatsächlich sieht nicht nach botnamen aus ihr habt alle genugs moksen sowas ja eigentlich schon alter der hat aber geile schuhe die schuhe zieht sich an hat der irgendwie einen dreier rucksack oder was cooles alter so geile schuhe alter so hier ha ha schau mal da ha ha was ist denn sein ganzen oder was ja klar so ne leiche geschändet ja alter falter das sieht ja geil aus da kann man sich ausnehmen hier felix schau da überhaupt nicht auffällig aber geil oder nein nein egal das pulverine pulverine anzug jawoll ja für mega so dann lass mal richtung osten oder wo ist mal osten osten nordosten ja dann geh mal in die richtung dann lauf ich in die falsche grad schade ist der alleine runter gekommen ist ja schütze bei 150 lass mal hingehen ja die sind vor 195 die schüsse süd und südwest das war ein bot mein schatz das ist einer der ältesten botnamen oder ja 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 mein schatz und dann wird so bindestrichen und so ja das mit bindestrichen sind das sind halt alles gebannte accounts ne ja ja wieso die bots sind gebannte accounts deswegen sind die namen ja auch mit bündestrichen äh zerhauen echt ja wir sehen dass sich ja auch viele den botnamen umbenannt und unauffälliger zu sein praktisch ne boah da kommt ein riesenloot runter auf 60 aber weit hinten hm ich lauf gerade einfach den schüssen auf 170 ja die wollen rein hier ne auto bei südwest fährt jetzt den berg hier hoch bei mir oh nah bei mir woher hält an zwei nach markier mal bitte was wo die sind am auto rechts vom auto das sind zwei autos jetzt bin ich nach alle down oder ich hab keine smoke verdammte axt ich hab ich komm zu dir Felix 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 ich komm zu dir noch nicht aber oh ja weißt du da wirst du halb erschossen und kriegst noch eine granate an den kopf geworfen aber sei froh dass ich dich mit einer smoke abgeworfen hab ich hab auch schon Leute mit einer mate abgeworfen ja das ist mir auch schon passiert tatsächlich ja das ist so oh scheiße zwei mates sind da und ich werfe eine smoke hin und dann so Leute das war eine granate oh tot jetzt hab ich endlich jetzt hab ich endlich smokes und eine smoke ah blöd ich kriegst noch mehr und ja sehr gut das zwei weg gemacht oder in einem in einem spray ja hier sind doch zwei smokes drin wenn du brauchst ja ich hab noch ganz viele Sachen was war noch mehr hier irgendwo ne wir sollten aufpassen ich hätte gerne noch ich würde jetzt eh erstmal ich würde jetzt erstmal eine Runde warten oder so aber jetzt schon weiter ne also die kommen die kommen die kommen die kommen die kommen 190 am check ich treff ihn nicht alter das ist ein bot ich seh ihn nicht ein bot oh ok das ist so nice ich hätte gerne noch so ne so ne smoke pistol ah der ist zu ihm genug ja ah ja das ist so da gibt's ja keine jetzt legt er dann in dein baum ich hab nur assist ey der hat ihm einen kill geklaut der hund da ist irgendwo noch einer der hat mein kill geklaut rechts oder rechts irgendwo rechts meinst du ja ich ja ich die ganze oder ich weiß keine ahnung und irgendwo ich schau mal nur bissl hinter uns ich hab da noch bissl ey jetzt geht schon wieder bei mir Dings auf ey sind die blöde paranoia ja ja da sind irgendwo welche also auf gelb markt äh auf bin sonst immer gelb auf orange markt ich seh den gar nicht ach da sehr weit hinten aber das waren nicht die gerade geschossen haben der hat aber gerade auf mich geschossen der hat noch nicht getroffen irgendwo weiter ja ja von rechts kommt was von rechts am Baum da hinten gelb gelb auch wieder im bot ey hat hit Junge wie läuft der denn wieder der letzte bot ey der ist am bot wir können uns übrigens blau nehmen wenn blau frei ist da hätten wir noch einen kompletten compound der ist denn ja finde ich gut auf mich wird geschossen ok ja von oben nach berg von orange ne ja ne da oben eher Richtung blau zwischen blau und orange irgendwo neu orange ist der schon besetzt oder wie ne neu orange am berg ist ja mein marke blau ist deiner ich bin orange diesmal orange schade dass man es nicht so einstellen kann das aber andererseits macht es auch keinen sinn ne wenn jeder immer seine eigenen Farben hat dann callt man die Farbe und dann hat aber einer das anders eingestellt dann sieht der es nicht macht auch keinen sinn das stimmt ne vergesst was ich gesagt habe das zu einmal dope Idee ne in Age of Empires konnte man es beim starten seine Farbe vergeben aber klar wenn dann zwei blau als Präferenz haben wird es schon schwierig oh hier könnte man wäre cool wenn man so einen Sicherheitskey hätte ah alter hier liegt ne flare gun soll ich sie rufen ja schütze von da oben da ja das ist hier komplett ohne auf orange ein ganzes team nicht bloß nicht bloß wo stehen alter dieser hand einer tot einer tot am stein da genug rummachen oder ja ja bei einem knock weiß ich nicht oder ganzes team ja also das ist noch einer am nächsten stein da ist noch einer am nächsten stein jetzt können wir drauf machen das ist so machen ja wir haben zwei laufsten klar ja guck am Stein ich umlauf ich hab keine granaten mehr so eine scheiße alter die werden noch beschossen direkt am Stein ne das war ich guck nochmal guck nochmal guck nochmal guck nochmal hinter dem stein auf jeden fall eines abgehauen glaube ich das war ich glaube ich glaube es ist noch einer er legt sich hin er ist genau vor mir das sind zwei beim grünen einer slow ich glaube schon neu einer ist sauber da kommt neues team schon ich hole ihn gerade hoch neuesten stein du kannst noch tragen eine beziehung zurück und dann kommt es zurück bitte ja immer zum kommt kommt jetzt auch noch da kommt ein drop und am compound am compound haben wir noch am compound oder oder nimm dir den drop mir ist wurscht alles gut bis erster sorry dass du geflasht wurdest und mist das ist ja bitter oh mein gott eine mk ist drin du kannst sie vor allen dingen als alles spielen du kannst dir als du kannst du als ar spielen du kannst sie einfach als beides spielen und raketenwerfer mitnehmen trotzdem top ausgerüstet ist mega das stimmt er misst ich habe einen fehler gemacht ein auto fährt uns an hier ist nicht frei wir müssen ihn wieder hoch offen wird immer links um auto hält hier oben dahin auto ich muss kurz dann komme ich nicht auf uns wird das sind aber der spray scheiße einer da und noch einer noch mehr hinterm stein hat er dann hüpfte dahin ist hinterm stein und slow cello ab in habe dabei ist so in dem 김 territorialen du musst ihn tragen du musst ihn tragen du musst du tragen komm da ran und dann ja dann lauf bevor du selber auch stimmt dann lauf die taste müsste ha sein ja das nächste mal anders wäre es nicht mehr ich schätze es nur ein ganzes team verdammte scheiße ich spiele die mk jetzt im nahkampf vielleicht erweitert ist alles gut volles programm wenn du das erweiterte jetzt auf die mk ist das besser hast du mehr schuss darum aber ja schon habe ich schon 20 schuss ist schon das erweiterte krass ja vielleicht das dm erweitert ist macht vielleicht 22 wir haben jetzt aber echt ein kleines problem oder ein großes je nachdem wenn das ein vierteam steht und wir laufen den halt komplett in die arme ja weiter erst mal was noch passiert ich habe aber alles hinter den her gerade ich kann leider nur nachkampf machen das war vielleicht ein bisschen dumm ich könnte flash ich habe leise ich gesehen ich habe falsch geworfen gerade leider rein jetzt scheiße ich glaube an die stücke in der zone ich schaffe schon da links steht er kommt er kommt rum er kommt rumgelaufen alter sind noch zwei teams ich gehe über den über den stellen zwei gegen zwei der steht direkt rechts von mir jetzt hast du sie ja die die ist so mächtig die mk im nahkampf ist so mächtig aber du musst halt gucken ob du hast du ein extended quick draw hat weniger schuss als das extended das extended hat den vorteil du hast mehr schuss also muss man überlegen dass so ein quick draw nicht sinnvoller ist bei der mk da hast du recht aber ich war so adrenalin geboostet gerade ich habe keine ahnung was ich gemacht habe das war genau das war genau richtig alles du hast sie voll abgelenkt die waren da beides zusammen konnte sie mir schön snacken alter alter was ein stress so eine Runde würde ich noch machen und dann bin ich glaube ich raus ich bin jetzt schon raus ich muss mal Abendessen machen